kurzen prozess haben wir gemacht sie sind auch doof die laufen alle dahin wo alle sterben und dann auch guck mal da sterben 20 leute kommen da laufen wir mal hin das interessiert mich tot und damit herzlich willkommen zurück zum box let's play wir verfolgen hier die zielpersonen kommt ich weiß ja mann verdammt das schaffen wir nicht mehr schaffen wir doch wir müssen hier von dem zugleisen weg und wieder auf die straße aber das schaffen wir nicht mehr wir fahren in die ganz andere richtung vergessen naja das wird nix wenn wir hier kommen kommen wir können zu anhalten wir sind gut wir haben uns auch für das falsche auto entschieden hat ist so lahm ärschig ja jetzt macht doch hier ja die person ist weg ja die haben uns gehackt die typen die schweine die haben sich da feuerwehrwagen gekrallt so als tarnung oder so damit die bullen die nicht verfolgen oder so ich weiß nicht auf jeden fall waren die mit den feuerwehrwagen schneller wie wir mit dieser karre scheißkarre ich habe schon vor den aufgepimpten feuerwehrwagen ja festplatte löschen das kennen wir schon und dann beginnt die verfolgungsjagd das wird lustig ey so benutzen wir löschen alles format c jetzt sind die daten für immer weg wer es glaubt ist die musik laut ich weiß schon dabei ich knippe sie aus ja 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 ich beeile mich ja schon das für eine explosion dahinten satten delorean weil sieht ein bisschen so aus meine dann würden die türen anders aufgehen dann ist auch ein scheiß auto dann sehe ich jetzt schon wie der los fährt ist auf jeden fall aber schneller wieder von gerade so explodiert denn hier alles so meine lieben aussteigen vielleicht kommen wieder die bullen wecken verdammt ich tritt doch schon auf die bremse aber das ist ihnen egal alter doch guck mal verpiss dich so fresse da unten ist noch einer der wirft hier eine granate auf der sack aber ist der müsste eigentlich nein 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 der ist die boah gibt dein geld ja ich dachte der ist dann runter aber der war noch oben drauf jawoll wer ist raymond kenny erfolg hey 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 nein 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 halt die fresse ich bin raus aus dem scheiß ja hoffentlich und nächstes mal kriegst eine kugel ich hab was ich brauche wir sind so weit du gehst also wirklich zu ray kenny und haben wir das nicht gefunden haben haben wir leider nicht sind aber nah dran der typ war ein whistleblower sagtest du nicht es gebe material über blumen es gibt material zu allem und jedem ich glaube ein radikaler blumen gegner kann da nicht widerstehen wenn du ray findest was kannst du ihm anbieten wir wissen was passiert wenn wir graben wenn er uns bei der entschlüsselung hilft ist er enttarnt ich finde was es gibt ein grund für sein abtauchen er legte sich mit blumen an hat alles veröffentlicht damit kann ich arbeiten willst du ihm etwa drohen nein whistleblower wollen gerechtigkeit vielleicht wartet er nur auf eine gelegenheit und ich kann ihm eine bieten richtig wir sind die gelegenheit der wird schon zusagen der mann ab zum whistleblower ob der snowden ist vielleicht hat er hier so nur seinen namen geändert in chicago der heißt jetzt hier kenny alter meine fresse kontrollzentrum ist wieder hacken diesmal ganz oben das ist ja wieder eine weltreise die wir antreten müssen anzufach geplündert eine antike münze geil wir haben lahmes auto wir sind nur noch unterwegs hier und wir wurden gehackt meine fresse was ist das für eine woher rufst du an sie hat gefragt ob du sie abholen kommst und ich frage ich habe jemanden der die daten entschlüsseln kann ich bin ganz ohr er hat von rennen kennen ehemaliger ctus entwickler er ist in vorne ich fahre gerade hin das sind neuigkeiten aber ich muss leider mein veto einlegen welches veto es ist seine verschlüsselung aber raymond kenny ist auch ein whistleblower er wird die schönen daten nehmen und an die gottverdammte presse weiterleiten und was geheimnisse die in den nachrichten erscheinen wertlos ich warme dich finde einen anderen weg es gibt keine anderen ich soll das erledigen also halte ich raus lass mich machen genau ich entscheide hier er will an das erpresser material was spielt da für ein spiel wie lautet sein plan wo sind wir schnell ne ich glaube wir fahren kenny ist die antwort er wird mir bei der entschlüsselung helfen ja und ich bringe nikki in sicherheit ich glaube wir fahren hier genau maximale die richtgeschwindigkeit das auto fährt gar nicht schneller was ist das ein suzuki oder so scheiß auto ey meine fresse mit so bischi ich weiß es nicht wir zeigen da hinten sieht nach japanisch aus boah sind wir schnell unterwegs ey da überholt uns gleich ne oma und wir fahren nach pony da wollten wir ja damals mit unserer nichte hin aber ja die wurde ja dann irgendwie bei den unfall getötet leider jetzt müssen wir alleine nach pony ich wollte ja schon immer nach pony aber nicht alleine ey und dann wird das wird so traurig werden wie ein pony alleine auch mit deiner lichtruppe ich fahre nach pony ist bestimmt vergnügungspark wenn es ein riesenrad gibt hoffe ich dass wir damit fahren können wird auf jeden fall vergnügungspark sein was soll das sonst sein auch wenn wir den von hier noch nicht sehen porny nicht verbunden ja deshalb fahren wir ja auch zum cts kontrollzentrum zuerst um das freizuschalten im idealfall auch wieder ohne gewalt irgendwie beim letzten mal das hat ja perfekt funktioniert das war schön so ein bisschen ländlich jetzt hier schon mit ganz vielen fichten und alles gefällt mir meine fresse hat eine schrottkarre die kann doch nimmst so ein bisschen in der kurve fahren ohne dass da irgendwie das blech auf dem boden scheppert verbrechen ja ist scheißegal motel geil kann man absteigen hier das war doch der tunnel oder wo der unfall passiert ist der sah zumindest so ähnlich aus oder der hier und auf dem weg nach pony ist ja sowieso ja da muss das hier irgendwo passiert sein theoretisch hier wahrscheinlich würde sinn machen schwerere erinnerungen aber wir fahren einfach weiter boah da ist es schon wieder ein bisschen allen wake von der umgebung her finde ich sehr geil so eine umgebung das gefällt mir ah ja entschuldigung so dann müssen wir wohl damit ein boot übersetzen kein problem ich habe schon welche gesehen oh grillparty jugendtreff ballermann also sowas ähnliches oder wir können schwimmen können wir auch machen kommen wir schwimmen glaube ich und scheint hier kein super super äh nicht super hier vergnügungspark zu sein man kann durchs wasser laufen was ist das denn also um die fährt und sitzt kein bootblatt ich brauche ein Netzwerkzugang ich hecke das Pornikontrollzentrum dann kann es losgehen ich glaube wir müssen noch mal Leute abknallen oder vielleicht ja gucken wir mal vielleicht auch nicht vielleicht auch noch wer weiß wir sind auf jeden Fall ja komm wir knallen die ab meine Fresse ist doch scheißegal wer für CTOS arbeitet der hat sowieso falsche Wahl getroffen nein weg 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 verdammt ey die sehen das wie die abknallen aber schlagen keinen Alarm das finde ich ja ein bisschen seltsam die KI ist irgendwie gut und irgendwie schlecht so viele Alarmschläge hier der ist ja wie im Kindergarten hier so einfach als würde es dem Kind einen Lollipop klauen die sind so schlecht ne das gibt es gar nicht hey doc ne nicht Dr. Haus hier äh wie heißt er vier Halt nein meine Fresse der Stein die Textur vom Stein war zu groß glatzenkopf ist kaputt so sind alle kaputt hier glaube ich kurzen Prozesse haben wir gemacht die sind auch doof die laufen alle dahin wo alle sterben und dann ach guck mal da sterben 20 Leute komm da laufen wir mal hin das interessiert mich tot boah ey da fällt mir nix zu ein oh Vorsicht Geröll scheißegal Geröll eindringen ah ja hier sowas schon wieder verdammt mit Zeit ha ist ja einfach so perfekt gewonnen ah da sind wir schon drin ich freue mich schon auf die Videos hier ist aber ordentlich gekühlt guck mal was da von Dampf rauskommt so Video Nummer 1 das Video Nummer 100 2.221 das wird lustig fach der das wird lustig 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221 2.321 ok das wird lustig Äh, ja. Keine Ahnung, keine Ahnung, was das sein sollte. Ich hab zuerst gedacht, er macht sich für seine Frau im Bett hübsch, also untenrum, aber dann war das doch irgendwie... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müsste man sich mehrmals angucken, glaube ich. Mal gucken, ob dieses Video, ja, offensichtlicher ist. Unsere neue Verjüngungsformel. Sie sehen jünger aus, fühlen sich jünger und benehmen sich vielleicht sogar jünger. Eines ist hier, Sie werden uns danken. Überall erhältlich. Hey, warten Sie nicht länger. Holen Sie sich noch heute Ihre Schutzimpfung. Geil, das ist eine Familie. So essen wir auch immer am Mittagstisch, da sagt keiner ein Wort. Da wird gefressen, so Zombie-mäßig. Oh, komm, hier, scheißegal. Also die Videos waren schon mal besser. Muss ich mal dazu sagen. Incoming call. Na ja, dann nehmen wir ab. Oh, der Telefon hat geklingelt. Ist denn scheißegal, wer da anruft. Die wollen bestimmt... Oh, geil, da gehe ich nicht dran. Ah, da. Hätten wir fast nicht gesehen. Hinten in der Ecke. Hey, Baby. Was würde ich für dich tun? Ich schätze, irgendwas geiles? Oh, nee. So einer bist du. Gefällt dir das? Ja, genau so. Wie wär's mit einer Privatsession? Oh, was? Was würdest du dann tun? Der Mann geht ja richtig ran, ey. Courtney? Courtney, bist du das? Oh, fuck. Oh mein Gott, die kennen sich wohl. Ich hoffe, es war nicht die Ehefrau. Aber ich glaube, ja. Für beide irgendwie eine doofe Situation. Zum einen, dass der Mann sich sowas anguckt. Zum anderen, dass die Frau für sowas arbeitet. Yeah. Oh, Baby. Du siehst so geil aus in dem Kleid. Und die Abtreibung tut mir leid. Oh, yeah. Und jetzt geht's ab. Ich find's so genial. Ich werd eine Legende. Ja, auf jeden Fall. Hast du jetzt schon mal YouTube hochgeladen? Würde ich machen. Hey, ihr da draußen im Internet. Ah, ja. Wer macht das für YouTube? Gut gemacht. Ach, so fängt die Let's Play Karriere an. Oder eben die Musikkarriere heutzutage. Der macht das schon richtig, der Kollege. So. So hab ich ja auch angefangen. Nur nicht mit Gitarre im Arm, sondern mit Tastatur und Maus. Und da hab ich auch damals so Sprüche gesagt. Ich werd der Beste, geil. Der macht ja jeder am Anfang. Aber dann sitzt nach ein paar Wochen die Ernüchterung rein. Hör, ich hab null Zuschauer. Scheiße, ey. So. Gehackt. Jetzt haben wir hier das Pony-Gebiet komplett für uns. Und wir haben Kenny's Signal identifiziert. Und wir haben hier was zum Erkunden. So ne, so ne, so ne, so einen interessanten Ort eben. Gang versteckt. Da wollen wir hin. Aber erstmal hier. Sehenswürdigkeit. Was ist das denn? Alte Hütte. Burnay Island. Geil. Sieht die denn echt auch so aus? So heruntergekommen? So ein bisschen, weiß ich nicht. Könnte man einen neuen Resident Evil-Teil drehen auf der Insel, auf der kleinen. Für nur noch die Zombies, die aus dem Boden kommen. So. Da müssen wir hin. Hier kann man sogar was trinken gehen. Perfekt. Man kann hier... Ne, Digital Trips wollen wir nicht. City Games. Mal gucken. Ob wir das machen. Ah, wetten kann man. Ah, wetten. Das machen wir auch gleich, wenn man das hier machen kann. Die Kugel verfolgen. Das müssen wir noch machen. Für diese eine Mini-Spiel da. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ich glaube, hier gibt es keinen Weg. Wir müssen schwimmen. Aber dann in die Richtung schwimmen, wo das Gang-Versteck ist. So. Oder ein Boot nehmen. Aber ich glaube, Boot... Ne, Boot sehe ich nicht. Dann laufen wir hier einfach rüber. Äh, schwimmen wir. Laufen einfach rüber. Ja, wir sind Jesus. Wir laufen rüber. Alter, kann ich mit diesem Sportboot fahren? Das wäre ja mal geil. Aber das möchte ich jetzt nicht herausfinden. Und ich glaube, ja. Damit kann man auf jeden Fall fahren. Ah, geil. Alles zu seiner Zeit. Erstmal machen wir die Gang da frisch. Die hat es mich verdient. Wer macht denn hier im Pony eine Gang auf? Haben die den Arsch offen? Ist das hier verdreckt, ne? Einerseits so schön Natur und dann so viel Müll, ey. Die Schweine. Können die das nicht bei sich in der Großstadt lassen? Ne, da wird da vor Ort zugemüllt. Pse. Pony, ja. Aber wir sind doch gar nicht da. So. Das ist nur der Weg nach Pony. Da habe ich ja gar nichts. Dann habe ich nichts gesagt. Gangversteck. Wo müssen wir denn hin? Diesem Arschloch werde ich mal gehörig die Suppe versalzen. Genau. Und unsere Sicherheit noch einspucken. Richtig. Wenn du pinkeln musst, geht dann auch. Dann musst du halt dafür sorgen, dass so eine gelbe Suppe angeboten wird. So eine Hühnerbrühe. Die ist ja manchmal gelb. Wir kamen doch gerade von hier. Jetzt sind die auf einmal... Jetzt ist auf einmal die Gang da. Der gelbe sieht aber auch nicht so schlecht aus. Aber auch nicht so gut. So. Profil der drei Zielpersonen. Ja, natürlich. Drei... Das wären ja immer mehr. Verdammt. Wie viele darf ich denn hier killen dann? Den Rest. Hehehe. Da ist schon mal ein Ziel. Perfekt. Hm. Guckt weg, ihr Schweine. Dann kann ich den nicht verkloppen. So. Das ist der Erste. Gut. Die hat eine Kamera auf dem Kopf. Das ist schon mal positiv. Dann kann ich mir hier die Leute angucken. Ah. Der ist kein Ziel. Der da hinten. Auch nicht. Mann, dreh dich doch nicht so hektisch, du Fisch. Auch nicht. Da ist ein Ziel am Wasser. Okay. Der da am Wasser ist ein Ziel. Genau. Und wo noch? Haha. Ein Ziel muss ja noch irgendwo sein. Theoretisch. Ich weiß nur nicht wo. Komm, machen wir das Ziel mal kaputt. Da läuft er so alleine durch die Gegend. Wenn man so unvorsichtig ist. Muss man sich nicht wundern, wenn man dann kaputt gekloppt wird von hinten mit einem Knüppel. Fresse. So. Du Sau. Perfekt. Hahaha. Mir sitzt eine versteckte Kamera. Das ist gut. Die nehmen wir. Volksmusik. Ja, das könnte das... Genau. Da ist das letzte Ziel. Perfekt. Dann müssen wir jetzt nur noch da hinkommen. Unbemerkt. Schnell, schnell. Gut. So. Hmm. Der kann ganz schön weit gucken, der Fisch. Ach. Hat ja noch funktioniert. Ne, das ist nicht das Ziel. Ne, ne. Wird er sein können. Verdammt. So, wo gucken... Ach, von da hinten. Ah, die können immer weit gucken. Ich glaube, ich nehme einfach das Scharfschützengewehr. So. Weg. Der rennt ja nicht weg, oder? Der Fisch. Ah, voll. Oh, verdammt, ey. Guck mal, wie gut der zielen kann. Ich bin gleich weg. Vom Fleck. Ui, ui, ui. Verdammt, verdammt. Nein. Nein. Verstärkung hat der gerufen, der Idiot. Das wird noch was. Ey, das hat so gut angefangen hier in den Gangversteck. Und jetzt hat der Verstärkung gerufen. Der eine sagt, nur weil ich dir nicht schnell genug ein Handy gegeben habe. Das fehlt noch ein Ziel. Drei Ziele müssen ausgeschaltet werden. Eins ist noch da, aber der rennt nicht weg. Das ist schon mal positiv. Manche haben ja auch die angewundert, wegzurennen. Und dann hast du die Arschkarte, weil sie dann weg sind. Und dann, äh, Mission von neu. Ja, wir müssen das jetzt durchstehen. Und die Sache so ein bisschen langsamer angehen. Und dann werden wir das schon erfolgreich abschließen. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Tschüss. 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 Tschüss.